Mit euch in Brücke! Hier ist die Mannschaftsaufstellung von Eintracht Frankfurt! Mit der Nummer 1 im Tor, Kevin! Die Freikrieg, William Pacho! Mit der Rücken Nummer 4, Robin! Und für Nummer 7, Olaf! Die André, Faden! Mit der 15, Eliens! Unser 24, Aurelio! Mit der 27, Mario! Jürgen! Die 29, Nils! Jürgen! Mit der 35, unser Brasilianer! Jürgen! Und die 36 trägt Hansga! Jürgen! Auf der Bank nehmen Platz für das Tor! Die 33, Jens Kral! So wie die 24, Juni! Jürgen! Mit der 5, Räuille Smolcic! Die B, Ego! Die EG! Die 17, Sebastian Kogel! Mit der 20, Marco Mohr! Die 22, Timothy Scherker! Die 26, Thinio Diener! In den Bernden! Unsere 31, Wilhelm Max! Und die 47, Elias Baum! Trainiert wird unser Eintrag von... organismusjyschsch assort. Die 22, Trump! Wälder! Wälder! Die 22, Trump! Wälder! Wälder! Und die 68, vollei!